Hallo liebe Leserfreunde, heute bringe ich mal meine Endschalter an. Ich bin kein Elektroniker und gebe dies auch nicht als Anleitung aus. Meine Montage ist sehr einfach, leicht zum Nachbauen und ich zeige euch, was ich dafür benötigt habe. Schöne Halter kann man sich dafür gerne konstruieren und ausdrucken. Ich möchte euch aber lediglich die Funktion und meine praktischen Wege zeigen. Mein Einkaufswagen bestand aus Hammerkopfmuttern der EU-Serie 20. Das sind die mit der Stegbreite von 6 mm mit einer Lochgröße von M3. Zylinderschrauben DIN 912 M3 mit einer Länge von 8 mm. Der Kopf der Schraube muss sehr klein sein, um auf der Platine des Endschalters Platz zu haben. Und den Endschalter, den gab es auch ganz praktisch gleich 6x zu kaufen, inklusive 6x Kabel. Zunächst einmal noch einen kleinen Umbau als Update zu meinem letzten Video. Ich habe mich entschlossen, auch den Schlauch vom AirAssist und das Kabel eines der Endstops mit der Schleppkette führen zu können. Zum Video der Schleppkette kommt ihr auf den Link rechts oben. Den Halter über den Motor haben wir wieder gelöst, um die Schleppkette flach auslegen zu können. Für die Länge der Schleppkette reicht das mitgelieferte Kabel der Endstops leider nicht aus. Aber durch den glücklichen Fall der Mehrfachverkaufseinheitstüten, habe ich ja nun jede Menge Kabel über und kann 2 Stück zusammen löten. Eine Anleitung lasse ich hier weg, das überlasse ich den Profis. Wichtig ist aber das Isolieren der Lötstellen und dass die Kabel sich nicht berühren. Den Schlauch vom AirAssist haben wir vorsichtig durch die ausgestreckte Kette geschoben. Da mein Silikonschlauch von außen sehr gummiartig ist und das Kabel für den Endstopp mit seinem Stecker etwas breiter und unbändig ist, haben wir, was ich hier aber leider nicht zeigen kann, ich hatte es nicht gefilmt, den schwarzen Stecker zusammen mit etwas Kabel in das Ende des Schlauchs geschoben und den Schlauch langsam wieder Richtung Kontrolle rausgezogen. So zieht sich das Kabel Stück für Stück ohne Probleme durch die Kette. Danach schieben wir den Schlauch wieder ein. Zur Laufprüfung der Kabel wird der Halter in seine Position gelegt, aber noch nicht befestigt. Der Anschlussstecker für den Endstopp ist auf der Halterseite über dem Motor angekommen. Hier sieht man gut, wie die Kabel nebeneinander laufen. Zu sehen ist von links nach rechts mein Datenkabel, das Kabel des Endstopps und der Luftschlauch vom AirAssist. Die Länge der Kabel werde ich später noch ein wenig anpassen. Um die Kontakte von hinten vor einem Kurzschluss zu schützen, nutze ich Moosgummi. Ich zeichne mir die Platine an, auf dem Moosgummi und schneide mir ein paar passende Stückchen aus. Vorsichtig setze ich auf der Platine ein paar Punkte eines Silikonklebers und setze das Moosgummi von hinten an. Drücke es vorsichtig an und lasse es ein wenig trocknen. Man sollte gut darauf achten, dass die Kontakte frei vom Kleber bleiben. Gummi drauf und fertig. Für die Befestigung nutze ich nur das mittlere Loch. Da ich den Rahmen des Gestells als Anschlag nutzen werde, brauche ich nur eine Schraube, da sich die Platinen so nicht drehen können. Ein kleines Loch durch das Moosgummi lässt die Schraube besser durch. Der Endstopp. Beim roten Draht auf dem Stecker mit der COM-Bezeichnung führt die Leitung positive Spannung. Der schwarze Draht mit der Bezeichnung NO ist Masse und steht für normal geöffnet. Der grüne Draht NC führt im geöffneten Zustand Spannung. Dieses steht für normal geschlossen. Der Controller gibt positive Spannung auf den Endschalter mit bis zu 5 Volt. Und da der Endschalter ein 3-Wege-Schalter ist mit einer Zuführung und zwei Abgängen, leidet er auch im offenen Zustand Spannung über das grüne Kabel, was ich hier nicht will. Deshalb durchtrenne ich jetzt den Anschlusspin für NC. NC normal closed. Gemeint ist der Öffner, was ja eigentlich etwas verwirrend ist. Mit einem kleinen Seitenschneider durchtrenne ich den Pin an beiden Seiten, ein kleiner Knips eben über der Platine und einen oben kurz vor der Schalteinheit. Der Rest vom Pin fällt natürlich so einfach raus. Der Endstopp ist nun vorbereitet. Die Anbringung Endstopp X-Achse. Zunächst entfernen wir dafür die mittlere Schraube, um die X-Achse vom Schlitten zu lösen. Ein wenig Kraft, die Schraube sitzt ziemlich fest und schon lässt sie sich entfernen. Die X-Achse kann nun vorsichtig hochgezogen werden, aber nicht zu vergessen, dass sie am gegenüberliegenden Ende ja noch befestigt ist. Da ich sie gerade gelöst habe, schiebe ich mir mal für spätere Modifizierung ein paar weitere Hammerkopfmuttern auf der Rückseite ein. Eine weitere Hammerkopfmutter setzen wir auf der Vorderseite ein. Beim Zurücksetzen in die Halterung des Schlittens mit dem Finger den Antriebsriemen etwas runterdrücken, damit er sich in der Nut über dem Schraubloch zur Befestigung der X-Achse einfädelt. Die Schraube wieder einsetzen und gut festziehen. Der Endschalter kann nun durch das mittlere Loch mit einer kleinen Zylinderkopfschraube an der Hammerkopfmutter befestigt werden. Mit einem Imbus leicht anziehen und vorsichtig über die X-Achse an den Halter des Schlittens schieben. Die Platine sollte bündig an den Halter anschließen, damit sie sich nicht wegdrehen kann. Im Test sieht man jetzt schön, wie der Schlitten des Laserkopf den Schalter des Endschalters auslöst. Falls es jemandem komisch vorkommt, ja, ich richte den Schalter rechts aus. Ich werde auch meinen Nullpunkt ebenfalls in Lightburn später umdrehen und nach unten rechts ausrichten. Warum? Für mich war das die beste Lösung für den kürzesten Weg der Kabel. Auf gleiche Wege lassen sich natürlich auch andere Nullpunkte anfahren. Jetzt kann der Halter wieder angebracht werden. Meine viel zu lange schiefe Schraube, die ich zum Anbringen des Halters benötigt hatte, muss sich tauschen, um die Platine des Endstops nicht zu stören. Als nächstes das Anschlusskabel des Motors einsetzen und das Kabel für den Endstopp richtig herum einstecken. Der erste Endstopp ist nun montiert, das Kabel wird noch etwas zurückgezogen und bekommt später vielleicht noch einen Spiralschlauch zum Schutz. Aber vorerst ist er fertig. Von der Rückseite sieht man hier jetzt noch meine Platzhalter Hammerkopfmuttern für spätere Zeiten. Der fertige Endstopp läuft jetzt mit Schlauch und Kabel sauber gleichmäßig auf der Y-Achse. Endstopp Y-Achse Im nächsten Schritt lösen wir den Fuß an der Y-Achse hinten rechts. Hier haben wir übrigens den Spannenriemen nicht durch die Nut geführt. Zum Nachspannen hatten wir uns beim Aufbau des Lasers aus Unwissenheit dagegen entschieden. Da die andere Seite nun auch rausguckt, lassen wir das mal so. Mit einer Schraube versehen zur besseren Handhabung fädeln wir eine Hammerkopfmutter in die Innenseite des Konstruktionsprofils ein. Die Schraube wieder entfernen und die Y-Achse mit dem Fuß verschrauben. Die Schrauben sind lang und das Einschrauben dauert. Zunächst führen wir wieder eine Zylinderkopfschraube durch das mittlere Loch der Platine und schieben die Hammerkopfmutter auf der Y-Achse nach vorne. Setzen den Endstopp an und ziehen die Schraube mit dem Imbus an der Hammerkopfmutter leicht an. Jetzt können wir ihn ganz nach vorne an das Profil schieben, um dies wieder als Anschlag zu nutzen. Kurz anziehen, nicht zu fest, das mag die Platine nicht. Ein kleiner manueller Test. Der Endschalter wird artig durch den Schlitten, der auf der Y-Achse läuft, ausgelöst. Da alles passt, kann auch hier der Stecker angebracht werden. Einstecken, fertig. Das nächste Geschraube dient zur Entfernung der Blende vor dem Controllergehäuse. Die oberen Schrauben sind etwas fummelig, da sie leicht hinter der Profilleiste verschwinden. Sind sie ausgelöst, lässt sich die Blende über dem Controller aufklappen. Durch das Datenkabel hängt sie seitlich fest. Die vorhandene Öffnung für das Datenkabel in der Blende lässt uns genügend Spiel für die beiden Kabel der Endschalter. Sie lassen sich recht einfach durchziehen. Der Anschluss der Kabel erfolgt normal in X, Y und Z. Da mein Laser kein Z hat, entfällt dies natürlich. Beim Einstecken darauf achten, dass das rote Kabel unten ist. Erst der Endschalter auf der X-Achse, dann unseren zweiten angebrachten auf der Y-Achse. Die Kabel zurechtdrücken und die Blende wieder zuklappen. Passgenau über den Power-Button setzen und zudrücken. Von hinten dann die Schraube einsetzen und zudrehen. Jetzt noch ein Funktionstest. Ich habe den Laser wieder in sein Zuhause gestellt und ans Netz angeschlossen. Mit einem manuellen Test kann man schön sehen, wie die rote Leuchte fröhlich beim Auslösen des Schalters leuchtet. Den Schlauch meines R-Assists samt Führung habe ich auf die andere Seite gebracht. Trotz Berechnung fand ich den Schlauchanschluss etwas störend. Aber das ist nicht schlimm. Es scheint mir sogar, der Richtungswechsel bringt mir Vorteile für meine spätere Schleppkette. Meine Endstops sind nun einsatzbereit. Wenn alles klappt, werde ich im zweiten Teil die Einrichtung und Nutzung zeigen. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Anregungen finden können. Vielleicht mögt ihr ja auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen, dann verpasst ihr auch nichts. Dicke Dragon Küsschen.